alle herzlich willkommen zu einer neuen folge von the witness und dass ihr wieder mal dabei seid und wir werden heute hoffentlich mal vorankommen und zwar habe ich was rausgefunden zwar gibt es noch da gibt es im dschungel haben wir auch schon mal gesehen gehabt auch solche rätsel die sind nicht aktiviert gewesen naja ich hab den anfang nicht gefunden das ist ein video gesehen wo der anfang ist ich habe nicht gesehen wie es funktioniert ich habe aber gesehen wo er ist und er fehlt uns auf jeden fall und weil wir da und da habe ich habe gesehen das ist dieses rote rätsel da ich nehme an da wird uns erklärt wie das funktioniert ok an dieses spiel ist ja relativ gut hin und deswegen gehen wir mal dahin und laufen am besten nicht falsch so wie ich das jetzt gemacht habe genau dieses dieses rote rätsel da dieses wo auch in der stadt hier noch ist in der stadt fehlt noch ein rätsel unten das besteht aus zwei teilen die funktionieren nur wenn die beide richtig sind und ich weiß nicht wie das funktioniert und naja anscheinend ist in dem dschungel dieses rote da und das müsste nicht hier seien nicht dann ich brauche also das ist doch um und das ist gegenüber davon interessant ich glaube ich muss im kopf gehabt gut war das hier hier ist das dschungel level und wer und hier hier irgendwo halt und ihr müsst irgendwo jetzt so ein kasten tiers level zum beispiel man sieht hier nichts besonderes aber man sieht nur dass die levels halt da oben ist nur was sie halt aus sind und hier ist ein weg und da fängt das erste an dann gibt es nicht so viele möglichkeiten aber das lautsprecher ach schau mal da ist wenigstens so was hier oh wie cool ein ganz einfaches ja ihr seht ich habe noch nicht rausgefunden wie sachen die funktionieren ich weiß nur das ich habe alle möglichkeiten durchprobiert gibt ja gar nicht so viele möglichkeiten das war's keine ahnung warum da ist jetzt zu ich habe keine ahnung wie sie sich lösen lassen den weg durch den kompletten dschungel als jedes da oben rein ist die möglichkeiten da hinten ausprobieren ich muss ja die richtige lösung finden wenn ich das machen will ich kann eigentlich die möglichkeiten da hinten ausprobieren ich muss ja die richtige lösung finden wenn ich das machen will ich muss dann auch muss ich mir nochmal schauen wie ich gesagt habe ich habe nicht geschaut wird es lange wie es geht ich habe nur raus gewonnen dass es existiert und dann habe ich aber noch mal das hier schaut mal was das hier ist das sieht doch im Moment ist mir gerade so spontan eingefallen Oh Misture Oh Misture Oh Misture Oh Misture daddy Verdammt schwが gekommen belang Das war's. ging doch ich würde sagen das geht sieht schon so aus aber warte mal guck mal sieht doch jetzt gut aus ah ja das funktioniert aha schau mal okay 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh. Jetzt schon das erwartet aber. Ob das hier rund ist aber ok bei dem weiß ich es jetzt noch nicht. Aber na gut wir haben immerhin zwei Collectibles noch gefunden. Ah das ist meine Collectibles. Ah das ist meins. Und dann jetzt nach. Von wo ich hin will naja ich will doch da. Ob wird durchsucht? Ah ja ich gefunden. Möcke. Warten wir da hinten ja noch ein Level. Da hinten waren ja die Blumen. Warte Blumen. Warte Blumen. Warte Blumen. Warte Blumen. Warte Blumen. Warte Blumen. wie das ist richtig ja ich habe gerade überlegt und zwar müssen ja immer zwei blumen passend zueinander sein das ist jetzt auch der fall und die weißen und schwarzen sich berühren ist wohl nicht der fall das habe ich einfach mal kurz probiert naja soll mir recht sein kann ich das kann ich das ist wieder so ein eins einstellungs ding kann ich denn da bewegen oder wie weil das hier so auf einer schiene ist dann ein komplettes ausgeblendet weil das sieht jetzt echt krass aus köche sommer ja cool ja es funktioniert daran frei noch mal so Also ein 2 und ein Vieheck kommen wir da raus, theoretisch. Und noch mal, ne? Ah, 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 ah. So, 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 so. Ähm. Okay, das war relativ easy. Hm. da hinten war da so ein Zug, wie hattest du, da hat er was zugemacht aber wäre ich auch hin nicht schlimm interessant na gut, kommen wir mal weiter kann ich dann mehrere sachen aktivieren ich weiß nicht, ob ich da draußen will, dann will ich mich um Arsch, wenn ich nicht mehr zurückkomme ich kann einfach so eine Stelle bestimmen, das ist cool das hier, ich würde jetzt ganz klar sagen, das hier ist ein collectable, gehört jedenfalls zu einem dazu, also wie das hier aufgebaut ist, einfach random, würde ich das schon schätzen ok, gehen wir da rüber ah, jetzt geht das auf cool hm hey, was zum die sind noch abgetrampt, hey, warum ist das aufgelöst hey, warum ist das schon wieder aufgelöst, ich verstehe es nicht ich glaube, wenn die einzeln sind, sind die anscheinend auch aufgelöst ich glaube, wenn die einzeln sind, sind die anscheinend auch aufgelöst das geht so nicht, na gut, du musst die auch ok so, 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 so perfekt was gibt es noch eine ungerade Zahl von Orange, das heißt, so die wissen sich gegenseitig auf richtig gut ähm ähm was was kann man da trennen so ok was 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 Du musst grün-lila auflösen und lila-grün auflösen? Dann müsste ich es so machen. Ja, halbwandfrei. Hm. Achso, ist ich mit auch? Okay. 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 Hm. So, mach 4 So, mach 4 Hm Sind die aber zusammen, irgendwie kriege ich jetzt gerade nicht alle auseinander Echt schlimm So, mach 4 Hm-hm Hm-hm Fast